Wenn du das passt Jo, ich bleib mit meinen Jungs dann im Punkt Ich höre schon eine Halbkette oder Panzer? Ist ein Panzer in den Süden Ich bin an der Hauptstraße, ich kann die abfahren wenn die kommen Hau mal hier in der Pack hin, ich schaffe die Mika, wo willst du es haben? Welche Ausrichtung? Ne, keine Pack, die wird zu schnell zerstört Okay In alle Himmelsrichtungen einmal abchecken Wir haben vier Eingänge zu dem Ding ins Land Ja Ich baue eine Mundkiste in die Mitte Ich gehe Nordwest zu den Häusern Ich stelle dir eine Mundkiste in die Objekte Nein, gar nicht so weit raus, ihr braucht gar nicht so weit rausrennen Okay MG steht Ich setze diese Sandsäcke mit Stämmen Ähm, zielt dann auf diese Sandsäcke mit Stämmen Wenn die rein wollen, müssen sie drüber klettern Dann sind sie in dem Moment verwundbar Mika ist hier jetzt von der US-Funker Mika kommt Einer ist Richtung Nordwest, aus Richtung Nordwest, schon beschossen worden Er ist von 2.50 auf deiner Flussseite, der Panzer mit ganzem Skur Achso, sorry Bitte markieren Aber hier hat doch gerade einer an den Sandsacken aufgeschaufelt Ja, ist frech Achso Ich habe die große Hauptbrücke im Weg Ich habe die große Hauptbrücke im Weg Ein Panzer ist gerade aus der Main rausgefahren Okay Waren nur Probeschüsse Haben wir einen AT bei uns? Ne, ne? Doch Ja, ich bin schon dran Ja Jaxxler, ich markiere dir mal die Main Base Der Feld ist gleich an mir vorbei Der Feld ist gleich an mir vorbei Das ist ein Sherman, glaube ich Kann das nicht ganz erkennen Ja, hört sich an Firefly Ja, ist egal Schön von der Seite auf den Scheren Kurz dahinter Dann ist er weg Oh, dort weißt du ja Wenn du Glück hast, hast du gewonnen? Ich sehe den Panzer Kommandant, guck drauf Bei Schaufelmarkers noch eine Barrikade, die aufgeschaufelt werden muss Da kommt noch was hinterher, passt auf Da kommt noch was hinter dir her Halbkette oder sowas Schön gemacht Schön Sehr schön Die disconnecten gleich Komm, Disconnecte MSP, genau meine Blickrichtung Vor dir Okay mal, dann kann ich das zerstören Ja, südlich von dir Pass auf, da kommen auch Feinde auf die Irgendwo war unbekannt Marker So die Richtung Nee, nee, weiter Ja, die kommen jetzt auf Brücke zu gelaufen Halbes Squad, mindestens sie sehen die Feinde An der, an der Kante Ja, ich hab's, ich hab's Die Ladung ist dran Also ich hab hier grad eins mitten im Wagen Was meinst? MSP im Westen heißt Was meinst? MSP im Westen ist heiß Ist irgendwas am Aber sch MSP im Westen ist noch da, ne? MSP von uns wurde vernichtet, ne? Von der Feinde MSP Positiv, ja Feindliches MSP bei Friedrich 3 wurde bekämpft Feindlicher Panzer bei Friedrich 3 wurde ebenfalls bekämpft andern ab Mika, Feind Feind Richtung Südwest Andern Hauptbrücke Feindfern vernichtet Habe ich mich jetzt erschrocken Gerne Gerne MSP weg Feindsquad östlich Feindsquad östlich an der Mauer dran Ja, die kam rein. MG steht. Release. Hab ihn. Gut, nicht sterben. Ein paar von denen haben probiert, die Mauer zu umrunden. Die gucken bestimmt gleich durch die Löcher hier. Ja, ja. Lass sie ruhig gucken. Oh, die haben mich, die haben mich. Ja, behalte die Eingänge im Auge. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Die kommen alle noch nordöstlich rein. Ready, halt. Pass auf. Ready, don't. Schau, schau, schau. Einer ist hier direkt vor dem Turm, unten. Mika, hol dir mal den Friendly-Eving-Funk. Ja. Oder geben wir westlich das denn? Ein Panzer, die Brücke passiert. Squad 3, schick mir eben ganz schnell deinen Funk an. Ich brauche einen neuen Rally. Ja, ja. Gebe ich ihm. Die pushen auch nordwestlich. Mein Rally gefunden wird, finde ich. Ja, mein Funk ist down. Dann mache ich mal Übergangsweise ein Rally auf dem anderen. Ja, ja. Alle rein spawnen. Panzer nah ab! Ja, ich bin schon dran. Tut's plötzlich raus, ne? 6er, holen die dir? Ja, bin da. Das ist ein normaler German. Ich weiß nicht. Da liegen drei, vier mal. Genau, ist nicht von mir. Oder Mai. Aber auch mal im Südost. Ich hab schon, ich hab schon. Feind-Infantrie direkt auf mir drauf. Andy, schnapp dir den Attack-Marker. 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 Tomsen, hab ich. Sehr gut. Genau, Tomsen. Genau auf mir. Hier bei der Seite noch halb. Dann Punkt hier hab ich aber erwischt. Ich muss eben aufsplanen. Ich hab keine Muni mehr. Eingang hab ich im Blick. Dexar, du musst ja den Panzer schnappen. Ich mach nur eine Muni. Ich hab keine Munizierung mehr. Ist im Turm. Munizierung im Turm. Direkt unten. Unten, rechts und dir. Jetzt, rechts. Der Panzer ist hinter mir. Der ist südöstlich. Ich bin am Laden. Ja, der ist laut genommen. Ich bin am Laden. Ich steu mir nur im Südangang. Funka, einmal zu mir. Ja, ich seh, wo er ist. Scheiße, lass mal die Panzer raus. Du brauchst die auch nicht. Du brauchst die auch nicht. Boah, die knallt jetzt alles auf uns. Handy, ich brauch dich gleich. Oh, du warst da. Den Wurzelbinden unterwegs sind. Unterwegs zusammen. Wie kann ich immer schreien. Wie kann ich immer schreien? Ich bin aufgeben. Mach weg jetzt das Teile. Ich hab's da richtig. Ja, wir gehen da vorne mit den Schützen ran. Flüssig vergehen. Okay. Achtung, da kommt was. Infanterie an der Hauptbrücke. Ja, mit Fahrzeug. Fahrzeug ist voll beset. Komm schnell mit. Fahrer hab ich. Komm schnell zu mir. Warnt ihr jetzt südlich vom Rally? War das ein MSP? Mika, Feindmeldung Süden. Süden in der Ortschaft. Feind. So verstanden. Im Moment sind wir surrounded. Verteidigt nach allen Himmelsrichtungen. Wir sind surrounded von den Feinden. Wir sind in den Fluss reingefahren. Trottel. Ist der Panzer in den Fluss reingefahren? Hast du das gerade gesagt? In der... Ja, ja. Er öffnet sich vom AT-Lacht. In der Stadt sind Feinde drin. Ja, hier sind auch Feinde auf meiner Position um Haus zu kommen. Ja, südlich vom Punkt. Wird schon ein Rallye-Set? Ja. Ne, haben wir schon. Danke. Okay. Mika. Mika, ich mach wieder die Straße dicht, dass sie nicht weiter mit Panzer vorrücken. Unser Case. Yo. Yo, yo. Mika. Mika, ach, haben wir schon was. Wir fahren jetzt zurück, hab ich. Sag doch mal, der Loddy, die sollen da einfach mal AT-Meinen draufstehen. Versuch ich, das Sniper ist im Kirchturm. Dann können die ja nichts mehr machen. Panzersperren reicht nicht. Feind, ich ja, Scharfschütze ist im Kirchturm. Ja, also. Ja. Feind, im Kirchturm. Feinde, nimm jetzt richtig schon. Komm, jetzt südlich rein, durch den Südangang. Oder gleich. Im Südangang hinter dem Wall ist einer. Was haben wir hier? Lass ihn rüberklettern. Ja, er hat mich löscht. Nördlich bekommen wir mit kleinen Brücken im Wald bis zu rein. Lass ihn rüberklettern. Wenn er rüberklettert, ist er unbewaffnet. Ja, mach ich eh. Ja, nördlich ist jetzt eine Kurzstärke. Die kommen von der Brücke im Wald. Äh, nördlich ist Kurzstärke. Ah, ich hab die noch gesehen. Ganz unvermutet, er ist mit Fockmarker markiert. Südangang, Südangang, Südangang. MG, ausrichten auf Südangang. Pass auf, der piekt und dann schießt er ein, zwei Mal und dann hat er dich. Muss vorsichtig sein. Sei gut, die Pflicht. Was ich weiß, dein Gang kommt jetzt rein, meine Leiche. Ah, Blödschen, Ostl, Ostl. Da ist eine Bar, genau. Also Squadly 3 ist auch gerade verreckt. Pass auf. Ich glaube, ich hab gleich den Feindspawn gefunden. Die spawnen mal mehr näher oben. Können wir schon wegmachen? Nee, die sind doch wieder an der Brücke. Achtung. Wir bekommen nördlich Feind rein. Die Sniderabsch, Brücke jetzt. FG, leh, na, komm noch mehr. Ich bin allein. Hier oben, mach sie alle weg. Ach, scheiße. Auf der Brücke, die snipen von der Brücke aus. Seht mal zu, dass ihr die Brücke da klar kriegt. Feind MSP gefunden, wird vernichtet. Es liegt im Rallye schon beschlossen. FG, leh, na. Radung liegt, MSP vernichtet. Sehr gut. Feind MSP war E-Mail-2 vernichtet. Sehr schön. So, wir machen das so. Ähm, Andy, BuzzFeed, ihr kümmeret euch so weit da oben um die Brücke. Äh, Draxler, du marschierst da rum. Der Rest bitte im Punkt bleiben. Weil wenn wir den Punkt verlieren, sind wir echt am Arsch. Ich habe wieder Panzer-Audio. Ich halte positioniere mir eine Abzweigung in die andere Straße und dann kann ich auch MSPs aufhalten, wenn die anfangen. Jetzt weiß ich auch, was mich beschossen hat, der scheiß Sniper oben im Turm. Ja. Scharfschütze im Kirchturm, Scharfschütze im Kirchturm. Aber ich feine eigentlich Logistik. Äh, Quarschein. Ich habe noch keine einzige F- Wir sind nur zwei MSPs bis jetzt. Unter euch, mit, 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 mit. Achso, hier, von deiner rein, ja, von deiner rein. Halt den, halt der Gast, ich hab ihn ab. Ich guck vorzut ihr an, die auf die rechte Seite. Ah, ne, doch nicht, sorry. Jaja. Abdrück, saßen ruhig. Die kommen jetzt vorzugsweise aus dem Süden. Danke. Ich brauche mal wieder einen hier in meiner Position zum Schaufeln. Habt ihr Meldungen, wo der Feind rankommt? ZZ, Feuerstärken südlich, Südeingang. Den Eingang aber wieder aufschaufeln, bitte. Tomsen ist im Turm, Tomsen ist im Turm. Ah, Sniper hat mich. Ah, fuck. Okay, Basfi, Annie, zurück zum Punkt. Wir brauchen mehr Leute auf dem Punkt. Philipp, kannst du mich hochholen? Wo bist du? Hinter dir. Ich nehme dir. Irgendwo liege ich da. Auf der zweiten Etage bin ich. Brauchst du irgendwie Atterrie oder so? Naja, Atterrie brauchen wir gar nicht. Das ist, die greifen von allen Seiten an. Wir brauchen Leute auf dem Punkt, die mit verteidigen. Ja, schön, wenn die Lodgy sich vielleicht für 10 Minuten für die, für die, äh, Verteidigung entschließt. Danke dir. Ja, aus dem Auge, genau. Welcher Brand Carrier nähert sich euch? Ihr könnt euch einen schützen, zum Schicken, der ihr Muni bringt. Ihr habt's gehört? Ich hab hier irgendwo, im Meilenblick nicht, ne Bar. Irgendwo da sitzt ne Bar. Da ist ne Scharfschütze südlich in der Ortschaft. Runter, runter! Ach ja. Die sind friedlich dran. Feind gerade versteckt von Point of the Fist 48 an. Ach, ärgert mich. Fast, fast, fast hab ich schon. Na ja, wenn du hast, dann hau mal die Richtung 48, bitte. Die Feind, Feind, der Lodgy-Trock ist aus der Main rausgefahren. Ich hab jetzt nur noch die geballt und sehr, sehr lucky, wenn ich die damit erwische. Du kriegst das hin. Ja, wenn er auf mich zu fett ist, äh... Aber wolltest du, wolltest du nicht lieber im Pump gehen mit deiner MP40? Da ist immer noch der Scharfschütze, der aus dem Turm rausschießt. Der aus dem Turm rausschießt. Oder? Äh, ich hab schon mal gesetzt. Auf 48 soll jetzt dann wohl, äh, gleich A-Talami runterkommen. Wie sieht's im Gebäude aus? Westlich von dir, Mika. Ja. Auf der anderen Straßenseite. Ich... Ich seh ihn schon. Ähm... Sitzen die bei 48? Mika, sieht er aus? Ich hab die Bar. Auf der anderen Straßenseite. Haben wir gar keine Maschine zu verfügen, oder? Infantrie aus Süd, Infantrie aus Süd. Ne. Achtung, ihr bekommt gleich feindliche Mörser auf dem Punkt, die Chance schießen. Ja, ich schaue sie auch schon. Ich schaue sie auch schon. Ich schaue meine Leute weiter, ich muss nur den Rallye verlegen. Ja, bei 48, da kommen die weiter durch. Ja, bei 48, da kommen die weiter durch. Die spawnen irgendwo... ...ne Fragezeichenmarker. Also von da laufen die an. Das sind scheiße Leute, die eine Fop-Sätze haben. Die sind nämlich genau noch... Wir mörsern auf 48. Also... Unsere Flagge ist das nicht, oder? Die kommen jetzt nordöstlich rein. Vorsicht. Ich hab das gerade auch losgefahren. Ja, die schmeißen hier Raum südlich. Hey, Cat. Die wollten ja einen Rallye setzen. Ich hab das Gottlieb unten vom Kaufhof. Ah, nice. Was? Er schießt nur irgendwas aus Norden auf den Punkt. Ich hab äh, Panzer-Audio. Da wird gleich über... Ich hab Mörser. Ja, ne, Hellcat kommt da rüber. Fallen die Hellcat jetzt am Punkt? Ja, Panzer ist über die Brücke drüber. Äh? Rösserschlangen ausgeschaltet. Ich bin komplett leer geschossen. Ah, nice, nice, nice. Wo bist du denn jetzt grad? Äh, nah, der im Feind, man. Ich versuche über zwei Monate zu sterben. Nee, ich stirb eben schnell. Mach Selbstmord. Ist glaub ich die schnellste Öse. Mega, Panzer fährt Richtung Rallye. Ist ne Hellcat. Jo. Ja, ich kann grad ganz schlecht. Ich bin grad am Leaden hier. Der Panzer wird von der 20 Millimeter. Ich bin nicht Panzer. Wir haben auf dieser Karte hier keine Panzer. Mach der eben dann, oder? Ja, oder? Glauben nicht. Na klar. Der ist westlich jetzt der Hellcat. Ja, sehr geil. Also beim Hellcat müsste es durchgehen. Achtet auf den Rauch Richtung den Techmarker. Ich höre da einen Garant. Ja, die kommen wieder aus dem Ort aus Richtung den Techmarker. Ja, da ist sicher, ne? Ja. 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 Und der hat ja... Südlich ist ein Durchgeruch. Selb wie immer, ne? Mika, Heilkette beim Rallye. Heilkette beim Rallye. Äh, der Halbkette, will ich. Heilkette bei unserem Rallye, ok. Wexer, machst du weg? Ich bin dran. Was? Wie? Wo? Alter, das war knapp. Geballte liegt. Feindliche Halbkette. Feindliche Halbkette bei unserem Rallye zerstörend. Unser Rallye ist weg. Jetzt brauchen wir den Rallye. 9, Attack Marker bei 8. Bitte? Ach scheiße. Wir brauchen ihn. Okay, okay, okay. Ich komm zu dir. Ah, der Seipa hat mich. Südlich. Alle sonst rein in den Punkt. Ich hol dich jetzt was hier. Okay. Du wirst nicht zu viel schützen, oder? Fuck, fuck, fuck. Ganz normaler Schütze, ja. Noch kann man nicht hochheben. Noch kann man nicht hochheben. Okay. Hält jetzt, ich ziehe jetzt Richtung Main zurück. Ungeil, hast du eine Spritze, kannst du mich eben aufheben. Ich muss zu meinem Funker, sonst haben wir kein Rallye. Okay, bleib liegen. Ich versuche zu dir zu kommen. Okay. Ja, Squad, die 3 spritzen mich eben hoch. Dann machen wir schnell einen Rallye. Okay, vom Mora Latina wärst du abgeknallt. Nicht mehr der Spawn. Das ist ein Ersatzrallye. Ich und der Funker machen sofort einen neuen. Scheiße. Kein auf meiner Position, an der Innenwand. Jo, bei mir auch. Wieder drüben und auch, wo ich es zuniere. Der Hellkater hat sich gezogen. Genau an dem Teil in der Mitte. Alle Mann schnell rein spawnen. Jungs, ich ermutige euch mal. Doch 8 Minuten. Wir brauchen, wir brauchen Kräfte im Punkt, nicht außerhalb. Im Punkt. Oh! In der Kirche. Logistik, wenn du ein, zwei Mann übrig hast, du kannst uns gerne Versteckung schicken, sonst packen wir das nicht. Wir könnten am Eingang. Äh, ja, Moment, Moment. Südlich, südlich, südlich. Südlich. Leute, wenn ihr am Rallye seid, schmeißt euch drauf. Linke Seite jetzt. Vom Rallye aus, südlich, linke Seite. Da, wo... Feind capped, feind capped, feind capped. Rein in den Punkt, alle Mann. Oh, die cappen schnell. Wir haben feindlich Panzer zerstört. Die liegen, äh, nordöstlich. Wie sieht's mit Cap aus? Ach, Mann. Status? Cap-Status? Äh, halb gecapped. Daddel, heb mich mal schnell auf. Ja. Ich hoffe, wie sieht's aus mit Artillerie aus? Du bist frei vielleicht? Ja, die cappen aber nicht weiter. Auf Artillerie Marke kommen Mörser runter. Die kommen rein. Kap aus dem Südosten. Die cappen zurück. Die cappen zurück. Ja, bei mir an der Position ist noch ein Schütze. Genau da. Ja, das ist auch noch ein Schütze. Es kommt ein Panzer, wenn ich raus spiele. Wie heißt es? Ja, genau. Genau vor mir. Der Panzer kommt zurück. Da ist noch einer um die Ecke. Willi, heiß. Willi, heiß. Ah, sorry. Free Fire und rum. Free Fire und rum. Naja, mit Fass-Spielfeuer. Naja, mit Fass-Spielfeuer. Naja, mit Fass-Spielfeuer. Sofort neu. Neues Spawn. Gabban, nicht warten. Neues Spawn. Wo meintest du, ist der Fass-Spielfeuer? Auf der Hauptbrücke. Ich hab ihn schon einmal gewöhnt gegeben. Jan, da ist... Um die Ecke. Um die Ecke. Ist direkt ne Bar. Ok. Du fängst. An die eine Seite mit dir zurückbauen. Funker, move Fass-Marker. Fix. Der Rally war schon wieder heiß. Wir müssen gleich einen neuen setzen. Boah, ihr haltet ja immer noch den Punkt. Ich bin erstaunt. Rally wieder heiß? Jo. Rally ist heiß. Die laufen außen an der Mauer lang. Alter zerstört. Alter. Achtung, drin ist ein Grenadier unterwegs. Wo sind denn unsere MSPs? Soll ich das südliche MSP machen verschieben? Unser Rally auf meiner Position liegen zwei Feinde. Einen hab ich erwischt. Also drauf direkt zu mir. Mika, Mika, dreht dich rum. Mika, südliches MSP erschieben. Äh, ja bitte. Negativ. Negativ, negativ, negativ. Rally ab. Ja, wir müssen gleich einen neuen Rally machen. Wir sind genau außen bei unserem Rally. Wir haben auch noch 16. Verstanden. Ne, ich will ne Granate drüber werfen. Mika, könnte auch noch fern Rally stehen. Den hat bei uns keiner ausgerichtet. Ja, pass auf die Ländische AKF. Äh, ja. So, fast. Ja, ich hab grad einen geschossen. Ich glaub, da war der, der dich gekriegt hat. Find den Squad Checker bei 84. Ja, mich hat ein Granadier erwischt. Find den Squad Checker bei 84. Ja, ich hab nen Granadier. Stell das MSP mal irgendwo beim Mufass-Marker hin. Würde ich nicht empfehlen. Da war viel Feind. Ich kann's auch nicht so richtig hier weiter fahren. Ich würd's jetzt einfach hier stehen lassen. Okay. Ist jetzt nicht viel näher dran. Okay, okay. Rein spawnen, rein spawnen, rein spawnen. Ne, hast's gut gemacht. Wir sitzen dann gleich irgendwo weiter. Ähm, südwestlichen. Neu. Rallye ist wieder frei. Ich hab den. Rauch kommt aus Südosten. Nördlich vom MSP ist, äh, die Kirche besetzt scheinbar. Jo. Rallye wieder besetzt. Ich vermute die kommen jetzt Südost rein. Südost meine ich. Funker, am MSP nachspawnen, wenn du tot bist, dann sofort zu mir. Äh, 90 Sekunden. Hab jetzt. Unterwegs, Mika. Hab jetzt drei. Wir sind aus Norden rausgelaufen. Haben mir ne Spawnmöglichkeit wahrscheinlich. Aus meiner Position drei Stück. Wir müssen unbedingt diesen Cap halten. Das ist der wichtigste überhaupt. MSP gefunden. Wird zerschütten unten. Sauber. Wir kriegen ihn leider nicht an. Nicht, nicht aufstehen, Andy. So. Rallye basieren, Mika. Theoretisch. Er ist nicht nah genug. AC. Doch, hat gepasst. Scharfschütze in dem Haus, in dem ich dort unten bin. Ähm, Südöstlich vom Rallye. Achtung, Scharfschütze. Squatch. Platoon Lead. Unsere, Artie oder deine. Schnell. Gegenüber. Ein Pfeil Südwest. Er sieht aus. Ich kann den Scharfschützen hören, aber nicht sehen. Er ist genau die Maus. Ja, jetzt bin ich verblutet. Er ist genau die Maus. Wie gesagt, genau ne Maus drin. Scharfschütze können wir nicht machen, den Scharfschützen. Ja. Das sieht gut aus, Leute. 13 Minuten noch. Das halten wir. Das müssen wir halten. Wir werden uns auch clear. Wir werden gleich an der kreuzenden Position beim Fahrzeug erfangen. Seid nahe bei Cementary, oder wie das heißt. Mika 11 Minuten. Ja. So, Leute. Der Timer. Äh, falscher Channel. Der Timer steht auf 12 Minuten 54. Wir müssen das Ganze nur 10 Minuten halten. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen alle in den Punkt. Und halten den. Schmeißen wir raus Süd. Ganze, beziehungsweise Halbkette. Meine Position östlich vom Punkt. Ein, ganzer Squad. Genau östlich von mir. Die haben das auch in der Rede so. Ja, also wir müssen nur bescheiden. Was kommt. 30, 40 Meter östlich von mir. Ich möchte einfach mal ne Granate halten. Bei dem einen dann? Ja, Kirsche beim Kirsche. Kirsche ist wieder besetzt westlich. Halbkette von meiner Position. Achtung Mika, die sind rechts von dir langgekommen. Also zwei Schützen sind von dir, äh, ja, rechts von dir langgekommen. Jo. Der Scharfschütz ist immer noch in dem gleichen Gebäude. Die laufen auch neben mir noch her. Ja, wie gesagt, westlich von dem ist ein ganzer Squad gewesen. Ja, ich höre sie neben mir laufen. Neben mir ist ein ganzer Squad. Aber wenn ich jetzt auf die Karte gehe und markere, bin ich am Arsch. Äh, hier kommt ein Fahrzeug rein, aber der ist da unten. Da ist einer, da ist ne MP irgendwo bei euch. Die sind drin, die sind drin. Leute, das müsst ihr mitkriegen sowas. Feind Cap gleich. Wir brauchen unbedingt Verstärkung im Punkt. Äh, meine Jungs sind schon drin zum Kurs, ne? Alba, wolltest du nicht auch für die letzten 11 Minuten einmal anwaschieren? Nee, kannst du mal bitte diesen verkackten Scharfschützen an der Kirche sagen, dass der Feind in der Kirche hat? Mal sehen. Ähm, Charlie Squad, da ist feindliche Infanterie bei dem Scharfschützen in der Kirche bei dir. Völlig heiß. Völlig heiß. Ich wollte doch ganz braun. Ich auch. Alter Stein. Ja, wir kämpfen schnell weiter hier. Unsere Rallye ist ausgefallen, ich hoffe, wir kommen nochmal rein. Jetzt sind viele in der Kirche drin bei mir. Ich weiß, die Abfahrt auf, alles was du hast. Chef, wenn du was hast, wirf mal alles auf den Punkt. Der ist jetzt ziemlich leer. Wir haben leider uns einen Rallye verlernt. Einen Rennen nach ganz oben versteckt dich. Ja, ja. Zwei Mann, die bei mir in der Nähe sind zu mir. Ah, Rallye steht da noch. Braucht ihr irgendetwas auf den Punkt? Alles was du hast, wirf mal rein. Wir haben in unserer Krasse immer noch einen Schützen. Ja, die sind auch close rechts auf Rallye aufwärts. Komm mal, spring hier ins Haus mit einem. Wir müssen die mal gegenpushen. Artillerie. Hä, wo ist denn der Scharfschütze, der grad auf mich geschossen hat? Den hab ich genommen. Wo war denn der? An der Mauer. An der Mauer. Da war noch mehr Philipp, vorsichtig. Squad eins. Spaltern in der Munition. Die sind gegenüber, Philipp, die sind gegenüber. Feind tot neutralisiert. Ganz viele drin, zwei, drei mindestens. Hau Granaten rein. Feind capped, feind capped, feind capped. Feind capped, schnell rein Jungs. Feind capped. Ach, scheiße Andy. Und dann haben sie mich weggeholt. Alles gut, passiert. Ja, das war's mit dem Cap. Warte, der Cap ist durch. Ja, das war's. Ach, schade. Jungs, das Ding ist durch. Bei mir im Gebäude ist ein Rallye. Bei mir im Gebäude ist ein Rallye. Philipp, bei mir im Gebäude. Pass auf. Ja, die werden den verliegen. Der Punkt ist lost. Den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr. Schlucker geht auf Punkt. Der ist durch. Ja, Alba! Wärst du mal mit dem Punkt gewesen, ne? Quatsch, angreif! Doch. Ah, Skott liegt da, der macht zwei Spiele noch mehr zurück. Das wird keiner mehr. Versuchst du mich in etwas zu beschuldigen. Punkt ist durch, Punkt weg. Ja, Michael. Was zum ending? Ich komm zu meiner Warte zurück. Vielen Dank.